Vorab, ich bin ein synthetisches Video, basierend auf künstlicher Intelligenz der führenden Digital Marketing Plattform OMKB. Ich arbeite noch im Lernmodus. Ben Harmonis ist Content Marketer, Growth Manager, Konversionoptimierer, Social Media Fanatic und International Brand Strategy Lead bei Hoopspot. Seit über 20 Jahren verhilft er Menschen, Marken und Produkten zu mehr nachhaltigem Wachstum. Er ist außerdem Autor des Buches Content Design, das Handbuch für konversionorientierte Content Marketer, Webdesigner und Unternehmer und spricht als gefragter Speaker mit Leidenschaft über Konversionoptimierung, Storytelling und das Thema Diversität. Vor ein paar Jahren gründete Ben den CX Spotlight. Die virtuelle Konferenz rund um Customer Experience Management ist den weiblichen Führungskräften der digitalen Wirtschaft gewidmet.